Teresa Foriskova ist eine tschechische Schauspielerin. Sie studierte am Prager Konservatorium. Für den Film Semsky R.A.J. Tonapolid wurde sie 2009 für den Böhmischen Löwen als beste Nebendarstellerin nominiert. Filmografie, Kinofilme 2005, Raft Azi, 2006, Ruck Potwratakou, 2008, Svad Banabitev Nimpoli, 2008, Bubule, Wenkowski Usaitl, Peklo S. Prinzessnau, E.C.G. Rüthiri, 2 Bubule, Semsky R.A.J. Tonapolid, C.T.R.L. Emotion, Alois Nebel, Rutzkos, V.S.W.C., C.V.T.J.C.Vot, Laputa, Padesatka, Fernsehen Misto V.C.Vote, Trapasi, Brainstorm, Kanazka N.O.C., Kerna Sanitka, Sukrom Pasti, Krimina Kaande, Aplo Valest, Borgia, Z.N.I.C.O.N., Missing, Nevene L.Z.I., Episoda H.Vestika, Pripet Pro Exorcistu, Report Eka, Modre Steini, Pet M.R.T.Vic. PSU, Theater, Svendovo Divatlo Prag, Viel Lärm um Nichts, Divatlo Jerry Zimamana, Sensex, Meister und Margarita, Divatlo ABC, Enoci Blasch New von Luis Morel, Shakespeare Sommer Festival, Romeo und Julia.